Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen und unser Trinken, das körperliche Wohlbefinden, die gute Ernährung und natürlich über alle Genüsse dieser wunderbaren irdischen Welt. Auf kontrafunk und mein Name ist Markus Fahlefeld. Heute beschäftigen wir uns mit einer weiteren der fünf Superdelikatessen. Die da sind Hummer, Kaviar, Trüffel, die Forgra und die Auster. Und diese fünf Superdelikatessen sind ja nicht deswegen oder nicht nur deswegen Superdelikatessen, weil sie so lecker sind und weil sie teuer sind, sondern vor allen Dingen auch, weil sie ururalt sind. Es sind Urgerichte der Menschheit, sozusagen ins archaische Gedächtnis eingeschrieben. Das gilt für den Trüffel, der schon seit Hunderten von Jahren kultiviert und besungen wird. Natürlich auch für die Forgra, die Tausende von Jahren alt ist. Für den Kaviar dürfte das Gleiche gelten und heute geht es um die Auster. Also auch eines dieser Urgerichte, seit Menschengedenken bekannt. Über die Auster spreche ich mit dem Delikatessenhändler und Buchautor Ralf Boos. Er kennt sich natürlich mit den fünf Superdelikatessen bestens aus. Als wir das letzte Mal über die Forgra sprachen, verabschiedete sich Ralf mit dem Cliffhanger, Austern würden polarisieren, weil sie, ich zitiere, eklig seien. Schließen wir also daran an. Hallo Ralf. Ja, das war ein guter Cliffhanger. Hallo erstmal. Warum sind Austern eklig oder wie du beigefügt hast, manche Austern? Naja, also eigentlich sind es ja fast alle Austern. Nein, Austern sind was Wunderbares. Vielleicht einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und sagen, was ist die Auster oder was bedeutet die Auster bei uns in Deutschland? Es ist eine ganz andere Geschichte, wenn man aus einem anderen Land darauf schaut. Also wenn man zum Beispiel aus Asien darauf schaut, wo die mit Abstand größten Mengen Austern überhaupt verzehrt werden. Da werden die nicht so wie bei uns als Delikatesse gehandelt, sondern da ist das ein ganz normales Grundnahrungsmittel. Und es wird auch nicht roh geschlürft wie bei uns, sondern es wird immer gegart gegessen. Also in Fass immer gegart. Gerne überbacken oder gratiniert. Die Asiaten sind nicht so käseaffin wie wir, weil denen fehlt ja irgendwie so ein Enzym, dass sie das Käse nicht so gut verpacken können. Aber die kochen die wie wir die Miesmuscheln, sage ich jetzt mal. Eher so, dass die die auf Feuer legen oder im Backofen oder im Topf oder so. Es wird dann eben nicht zelebriert, sondern da gibt es halt irgendwie ein Durcheinander mit einem Baustern drin, mit irgendwas. Oder die werden einfach so gekocht, gegessen und haben auch gar nichts Besonderes an sich. Und diese Austern oder noch einen Schritt weiter nach, sagen wir mal von da aus nach Westen, gehen wir nach Amerika, wo vor 100 Jahren oder 200 Jahren, als die Ureinwohner noch normale, natürliche Beisen gegessen haben, da standen bei denen Austern auf der Tagesordnung, aber immer gegart. Niro, diese Rohgeschichte, die ist so aus unseren Breiten, also so Römisches Reich, da hat man schon die ersten Geschichten gehört mit Gelagen, wo Hunderte oder sogar Tausende Austern pro Person gegessen wurden. Später auch im Mittelalter immer diese Riesenmengen Austern, 400 Stück vor dem Menü oder irgend sowas. Die wurden dann roh gegessen und das ging auch über viele Jahre relativ gut, bis dann irgendwann im 20. Jahrhundert die Umweltverschmutzung so weit fortgeschritten ist, dass Austern essen auch gefährlich wurde, weil die Auster ist ja ein Wasserfilter. Also der Job einer Auster ist ja das Filtern von Wasser und umso mehr Gift im Wasser ist, umso mehr Gift ist in der Auster. Und das hat dazu geführt, dass in den Jahren zwischen 1900 und 2000 es sehr, sehr wellenförmige Bewegungen gab, die also sehr viel damit zu tun hatten, dass es große Mengen an Austernvergiftungen in manchen Landstrichen gab, wo viel Gift ins Wasser geleitet wurde. Heute ist man dem nicht mehr ausgesetzt, weil da, wo Austern gezüchtet werden, ist die Kontrolle so stark, dass da, wenn das Wasser nicht ganz, ganz toll ist, dann dürfen da auch keine Austern gezüchtet werden. Oder wenn es in Austern Rückstände gibt, dann dürfen die nicht verkauft werden, sodass man heute quasi zu, sag ich mal, 99 Prozent sicher gehen kann, dass eine Auster, die in den Handel gekommen ist, sicher ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich beeile mich jetzt, ist, dass solange diese Austern gekocht oder gegart, verzehrt werden, spielt die Konsistenz keine besonders große Rolle. Die Konsistenz kommt erst dann zum Tragen, wenn die roh verzehrt wird. Und jetzt kommt meine Cliffhanger zur ekeligen Auster. Deutschland ist im Augenblick kein großes Austern produzierendes Land. Wir haben nur eine Austernstation auf Sylt, die die Sylt Royale produziert. Während unsere Anrainerstaaten Frankreich oder Holland, das sind riesige Austernproduzenten, die haben wesentlich, wesentlich mehr Erfahrung mit Austern. Und zwar nicht mit dem Austern züchten, sondern mit dem Austern essen. Weil da in Frankreich ist es ja normal, Austern zu essen. Hier ist es ja was Besonderes. Und die haben deswegen auch ganz große Unterschiede in der Konsistenz. Und diese Konsistenz, die kann man beeinflussen. Die ist aber teuer zu beeinflussen. Wenn man Austern produziert, die eine gute Konsistenz haben, ist das erstmal teuer. Und wir haben ja hier in Deutschland so ein knickeriges Verhältnis zu Lebensmitteln. Also für uns sind ja komischerweise teure Lebensmittel nicht gleich gute Lebensmittel, sondern teure Lebensmittel ist ja Quatsch. Das sind überflüssige Lebensmittel. Deswegen hat man auch so ein suspektes Verhältnis dazu, wenn ein und dieselbe Auster optisch gleich ist, aber die eine kostet beim Fischhändler 1 Euro, die andere 2 Euro. Und dann gibt es vielleicht noch sogar eine, die 3 Euro kostet. Dann wird der Durchschnittsdeutsche sagen, also die billigen müssen es ja nicht sein, aber die teuren auch nicht. Es ist wahrscheinlich gut, wenn ich genau die Mitte kaufe. Und diese Mitte, das ist das Problem, diese Mitte ist ekelhaft, weil die für die Konsistenz noch nichts getan haben oder nicht ausreichend getan haben, um daraus wirklich eine Delikatesse zu machen. Deswegen können wir das so gut verstehen, dass in Deutschland 80 Prozent der Leute sagen, wir mögen, ich mag keine Austern oder was dann eben der charmantere Weg ist, ich vertrage keine Austern. Was in Frankreich genau umgekehrt ist, also 80 Prozent lieben Austern, 10 Prozent essen sie ohne, dass sie sie lieben, so gleichgültig und 10 Prozent mögen keine Austern. Also genau umgekehrt wie bei uns und Unverträglichkeiten sind in Frankreich unbekannt. Und das hat keine genetischen Gründe, sondern das hat einfach Gründe, dass normalerweise so eine Austernunverträglichkeit oder Protein oder Eiweißunverträglichkeit, was immer da für Ausreden benutzt werden, kommen bei den Mengen, die man isst, nicht zum Tragen. Also wenn man eine oder zwei oder drei Austern isst, dann sind das keine Mengen, das sind 45 Gramm, davon ist 30 Prozent Protein oder 40, das ist nichts. Das ist ein Alba Joghurt oder, also das ist jetzt der Grund, warum ich sage, Austern sind zumindest bei uns in Deutschland in der Regel ekelhaft. Ah ja, dann will ich nochmal einen Schritt zurück, bevor wir sozusagen auf die Qualität von Austern und was sie eben nicht eklig macht, kommen. Das ist gut. In Europa oder im Abendland, im westlichen Kulturkreis, werden Austern als Delikatesse roh gegessen. Das hast du ja gerade geschildert. Während eben in Asien, ich kenne das, wie gesagt, aus der Teigküche, da ist ja Austernsoße eine der entscheidenden Zutaten und Austern werden eigentlich überall reingemacht. Der größte Produzent ist meines Kenntnisstandes auch China, der Austern. Da sprechen wir gleich drüber, wo unsere Austern, die wir in Deutschland bekommen, wirklich herkommen. Ob die alle aus Frankreich kommen oder eben zum großen Teil auch aus China. Aber mir geht es um das Rohessen, weil ich habe den Verdacht, dass das Rohessen auf diesen Mythos der Auster zurückgeht, der in Europa ja sehr stark mit aphrodisierender Wirkung zu tun hat. In der griechischen Mythologie ist es die Liebesgöttin Aphrodite, die einer Auster entsteigt. Und Casanova soll ja 50 Austern am Tag gegessen haben, um eben seine Manneskraft zu wahren. Und ist das am Ende der Grund, weswegen sich so ein Mythos des Rohessens eingebürgert hat in Europa? Ja, andersrum würde ich sagen, wird ein Schuh draus, wenn man sagt, okay, diese Austerroh in der perfekten Qualität ist wirklich eine großartige Delikatesse. Und wenn man dann noch den Background hat, ist auch noch gut für die Gesundheit. Also das heißt ja heute, glaube ich, Männergesundheit oder irgend sowas. Wenn man der Werbung folgt hat, ist das Thema, heißt, glaube ich, heute Männergesundheit oder so. Denn also bei Frauen funktionieren Austern wunderbar, das weiß ich ganz genau. Ob die jetzt bei Männern funktionieren, also da gibt es verschiedene Erfahrungsberichte. Die einen sagen so, die anderen so. Ja, ich sage dir, wissenschaftlich kann man der Auster keine aphrodisierende Wirkung nachweisen. Aber das Schlürfen soll eine Placebo-Wirkung hervorrufen. Ob bei Mann oder Frau, vermag ich nicht zu sagen. Ich sage dir nur, wie der Stand der Wissenschaft im Moment ist. Also ich würde das auch unterstreichen, weil es gibt ja diesen wunderbaren Karl Lauer, wo der Mann ins Fischgeschäft kommt und sich beschwert. Ich habe gestern zwölf Austern bei euch gekauft, weil ich mit meiner Frau Sex haben wollte und nur drei davon haben funktioniert. Okay, das schneide ich raus. Okay, aber damit einmal das Thema, wo die Sia kommt zumindest mal von allen Seiten, weil er beleuchtet, möchte da keine Stellung zunehmen, weil ich diese Erfahrung nicht glaubhaft beisteuern kann. Aber du sagst, es wird ein Schuh draus, dass eben die Tradition der rohen Auster eine abendländische ist. Wie ist die eingetreten? Also was glaubst du? Ich bin mir relativ sicher, dass das in Ermangelung von Feuer oder so eingetreten ist. Früher war in Austern, so wie jetzt, wenn man an der Küste spazieren geht, hat man ja bei Erbe relativ große Chancen, Austern zu finden. Und das war früher noch viel, viel gravierender. Also das Austern suchen war jetzt keine große landwirtschaftliche Herausforderung wie heute, sondern dann ist man, wenn man Hunger hat, an den Strand gegangen, hat ein paar Austern gesammelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in Ermangelung von Zeit oder von Feuer oder von einer Kochgelegenheit einfach mal jemand auf die Idee gekommen ist, und gesagt hat, ja gut, da müssen die jetzt mal so runter. Und dann hat man gesagt, ach so schlecht ist das nicht. Also vielleicht ein bisschen sandig oder so, aber wenn man die jetzt noch ein bisschen sauber macht und ein bisschen klärt, dann kann ich mir das schon lecker vorstellen. Ich gehe mal davon aus, dass das der Ursprung war. Okay, das ist so eine Art Proviant, wo man sagt, das kann man immer mal zwischendurch oder das kann man ohne großen Aufwand, wenn man weiß, wie man sie aufkriegt, machen. Und die Kultur des Rohessens ist ja, wie gesagt, das ist bei uns im Mittleren Westen, ist es eigentlich normal, die Dinger roh zu essen. Aber in anderen Ländern eben nicht. Oder wenn es so ist wie in Amerika, dann haben wir das dahin gebracht. Dann ist das nicht von den Ureinwohnern her. Das stimmt, genau. In Amerika wird auch sehr gerne roh gegessen. Aber ich habe den Verdacht, dass es vor allen Dingen um süßes Bier oder Wein geht, die perfekte Pairings zu Austern sind, also sich dort eine Kultur herausentwickelt hat. Und gleichzeitig, wenn man sagt, die asiatische Kultur, die traditionelle, ist eher teeorientiert. Tee und eine rohe Auster halt lang nicht so gut passt wie eine garte oder überbackene Auster. Mit Tee. Kann das sein? Macht auf jeden Fall extrem viel Sinn, wenn man schon wieder mal 100 Jahre zurück guckt. Weil ich weiß, dass so bis zum Jahr 1900 ungefähr war der klassische Begleiter in der französischen Küche für Auster war Süßwein. Und deswegen, da würde ich da jetzt schon sagen, da steckt sehr viel Sachverstand dahinter. Ich glaube nicht, dass wir beide das beweisen können. Ob es jetzt aus der Richtung kam, was passt gut zur rohen Auster oder was passt gut zum süßen Wein, welche Richtung es gegangen ist, das kann ich jetzt natürlich auch nicht mehr sagen. Aber dass die beiden gut zusammenpassen und dass das auch vielleicht der Grund war, dass man sagt, das ist ein schönes Food-Pairing, das sollten wir beim nächsten Menü wieder so machen oder so. Ja, aber vor allen Dingen, weil ich kenne das ja auch aus der britischen Küche, da wird ja dann eher auch ein dunkles Bier zur Auster gereicht. Auch süß, ja. Genau, und dunkles Bier ist tendenziell auch süßer als ein Pilz. Also ein Pilz passt definitiv nicht zur Auster. Und gerade auch in Belgien ist ja auch eine Austernkultur, die sehr stark mit Starkbieren, also den Trappistenbieren, die auch süße Biere sind, arbeitet. Richtig. Und das ist eben etwas, das ich glaube ich in der asiatischen oder nicht-europäischen Küche gar nicht herausbilden konnte, eben weil das Getränk, das Passende, fehlte. Ja, absolut richtig, absolut richtig. Also wir beide gehen jetzt mal davon aus, dass das so war. Okay, wir einigen uns darauf. Wir einigen uns darauf und damit ist es ja wohl Wahrheit. Wenn wir beide das vereinten, dann muss es Wahrheit sein. Endlich, endlich, versteht mich einer. Aber vielleicht jetzt mal dahin zu kommen, was die Auster zur Delikatesse macht. Genau. Das ist ja so, ich sage jetzt mal, ich will nicht sagen mein Steckenpferd, aber vielleicht, ich darf noch mal ganz kurz zurück in die Zeit, wo ich selber auch keine Austern gegessen habe, weil ich es ekelhaft fand, zurückgehen. Das ist, ich sage jetzt mal so, schon gut 30 Jahre oder 25 Jahre locker her. Ja, da waren Austern für mich, also wenn sie serviert wurden, habe ich sie gegessen, aber ich konnte dem wirklich nichts abgewinnen. Und auch die, sage ich jetzt mal, die Verarbeitung der rohen Auster, die auch stattfindet, man kann Terinen daraus machen oder man kann Kaltschale oder so, also kalte Austernsuppe draus machen. Also alles das Sachen, wo ich gesagt habe, ey, das ist nichts für mich, das finde ich nicht attraktiv, finde ich kulinarisch nicht wertvoll. Und dann kam eben dieser erleuchtende Moment, wo die Firma Dittmeier, die den Orangensaft macht, die hatten sich diese Austernfarm auf Sylt gekauft. Und ich bin ja so ein Sylter Jung, ich bin ja sehr, seit meiner frühesten Jugend, so oft ich kann auf dieser Insel und bin auch mit diesen Leuten gut vernetzt und verbändelt. Also nicht mit den Dittmeiers, sondern mit den Sylter Gastronomen und so ein Sylter Austernstube, die es damals gab, haben mich dann eine Einladung bekommen, von denen wir eine Einladung bekommen, mal auf so eine Austernernte mit rauszufahren ins Watt. Und das war ganz spannend. Also wir wurden rausgebracht auf so einem Anhänger, hinter so einem Traktor mit einem Tisch und Stühlen drauf, also sehr sexy. Und dann wurden die Poschs, die Poschs, in denen die Austern gezüchtet wurden, aus dem Watt rausgeholt. Was sind diese Körner, richtig? Ja, das sind so Säcke sind das. Das sind so Stahlsäcke, würde ich jetzt mal sagen, oder Metallsäcke. Da kommen die kleinen Austern rein und dann werden die ein paar Jahre lang in diesen Säcken wachsen lassen. Und wenn die dann die richtige Größe haben, oder die gewünschte Größe haben, also theoretisch würden die immer weiter wachsen. Aber wenn die die gewünschte Größe haben, werden die halt geerntet. Und bei dieser Ernte waren wir halt dann dabei. Und dann hat man eben die Austern direkt im Watt geöffnet und probiert. Und ich fand die genauso, wie ich sie kannte, also nicht besonders attraktiv. Und habe das quasi dem Typ, der die Austern aufgemacht hat, dem Rüdiger Meier, gesagt, ey, ist nicht so meins, kann man mich nicht mit locken. Und dann irgendwann kam er mit einer runden Auster und sagt, die musst du probieren, die ist perfekt. Dann habe ich die probiert und die war wirklich ganz anders als alles, was ich in meinem ganzen Leben an Austern gegessen habe, weil die die Konsistenz von so einer Kalbsbrie hatte. Weißt du, so ganz zart, aber trotzdem kein Glibber, kein Schleim, nichts Unangenehmes, so lustig, also angenehm zu kauen. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das ist geil. Und der hat mir dann erzählt, dass so eine von zehn oder eine von zwanzig immer darunter ist, die sich besonders gut entwickelt hat, die wohl in diesem Posch auch die richtige Position hatte, wo dann die größte Menge Wasser bei Ebbe und Flut dran vorbeifliegt. Irgend so was hat er mir erzählt und hat dann in einem Nebensatz erwähnt, dass es in Frankreich Züchter gibt, die sowas produzieren können. Und dann habe ich spitze Ohren gekriegt, weil ich hatte damals schon so einen kleinen, überschaubaren Feinkosthandel. Ja. Und habe dann mich auf der Suche nach der perfekten Auster gemacht. Und die Suche, die hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann irgendwann in Paris in der Austernbörse saß. In der Austernbörse ist es so, dass ein Lauflicht mit Preisen der Austern durch das Lokal läuft, so wie in der Börse. Und die, die am wenigsten bestellt werden, da fällt der Preis. Und die, die am meisten bestellt werden, da steigt der Preis. Und als ich da war, war der höchste Preis die Special Gilardo, die ich dann natürlich auch bestellt habe und damit den Preis wieder in die Öl getrieben habe. Und die war Stück für Stück genauso wie diese eine Runde aus dem, also mit rund meine ich, der Körper war nicht wie so ein Zirkuszelt in der Schale drin, sondern der war wie so eine Kugel quasi in der Schale drin, so eine ovale Kugel. Und hatte dann auch was Fleischiges, wenn du sagst, beim Draufbeißen, eigentlich schlürft man ja Austern und schluckt es runter, ohne zu kauen. Aber das scheint ja dann was richtig Fleischiges gewesen zu sein. Was auch wieder dazu beiträgt, dass ich Austern ekelhaft finde, wenn sie nicht die gute Konzentren, weil man kann sie gar nicht kauen, sondern man muss sie schlucken. Aber wenn das wie so eine leicht gegarte Kalbsbriest ist, ist das kulinarisch wertvoll. Und diese Gilardo-Austern in der Austernbörse waren eben auch Stück für Stück so, also nicht nur eine unter zehn, sondern jede war so. Und kostete damals, das waren noch Franc-Zeiten, kostete eine Auster, ich glaube 30 Franc, also 15 Euro an dem Tag. 15 D-Mark, 15 Euro, genau. Und die billigen Austern, also Fiendeclair oder Grüß oder was sie da noch alles hatten, also einfachere Qualitäten, kosteten fünf Franc oder sieben Franc oder sowas. Also wesentlich, wesentlich billiger. Und fielen auch im Preis im Laufe des Abends, wenn keiner sie haben wollte, bis dann wieder jemand sagt, ey, die sind jetzt billig, die nehme ich jetzt. Und dann stiegen die wieder. Das war ein ganz lustiges Schema, also was die gemacht haben in der Austernbörse. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Also das ist so ein Relikt aus den 1990er, 1980er Jahren. Aber so habe ich diese Firma Special Gilardo kennengelernt und habe dann erst versucht, telefonisch, weil es gab ja keine E-Mails und gar nichts in der Zeit, mit denen Kontakt aufzunehmen. Die waren auch sehr freundlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Frau Gilardo ist eine Belgierin, die ganz gut Englisch und ein bisschen Deutsch spricht. Wir haben also keine Sprachbarriere gehabt. Und ich habe ihr dann gesagt, ich würde das gerne versuchen, in Deutschland zu etablieren. Und dann hat sie gesagt, ja, prima, kein Problem. Wie viel brauchen Sie denn? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt erst mal am Anfang vielleicht fünf oder zehn Kisten in der Woche, damit wir das mal ausprobieren. Und dann sagt sie, ja, das stelle ich Ihnen bereit. Nee, nee, die bräuchte ich schon geliefert. Ich kann ja nicht tausend Kilometer für fünf Kisten Austern fahren. Ach so, nee, verschicken tun wir die nicht. Wir stellen die nur bereit für unsere Kunden. Und da habe ich gesagt, was ist mit den Leuten in Paris? Ja, die holen die ab. So wie alle. Also wir verschicken keine Austern. Oh, habe ich gedacht, das ist jetzt eine Herausforderung. Und an dieser Herausforderung habe ich auch wirklich Jahre gearbeitet, bis auf der einen Seite eben die Transporteure. Weil es nutzt ja nichts aus, dann mit UPS zu verschicken. Da braucht ja Kühlung. Das heißt also, da müsste man Styropor und Kühlakkus und, 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 und. Das heißt also, man müsste eine Kühlspedition irgendwie finden, die, ach, und ich will jetzt den ganzen Salmon nicht aufzählen. Aber es hat lange gedauert, bis wir dann endlich jemanden gefunden haben, der bei Giladot vorbeigefahren ist, die geholt hat und die zumindest nach Köln zum Großmarkt gebracht hat. Und wir sind in Düsseldorf, also 40 Kilometer, 45 Kilometer entfernt. Aber wir sind dann eben ein- oder zweimal die Woche nach Köln zum Großmarkt gefahren, wenn die Austern ankamen und haben die geholt. Wir konnten die verschicken, weil wir eben Styros und Kühlakkus haben. Also wir sind da besser equipped und auch von unserem Service-Gedanken anders aufgestellt. Und haben dann angefangen, an die Sternerestaurants Giladot zu verschicken. Und damals war es so, dass Bélon, also diese flache Haus da, war so das Maß aller Dinge. Und wir haben es heute geschafft, dass Bélon ist fast weg vom Markt. Und in den Sternerestaurants, auch wenn dann nur aus romantischen Gründen noch gefragt, aber in allen drei Sterne, zwei Sterne und in fast allen Einsternerestaurants, wo es also nicht darum geht, günstig Essen rauszuhauen, sondern wo es darum geht, kulinarische Abenteuer zu entwickeln und Erlebnisse auf dem Teller zu zelebrieren. Die sind alle mittlerweile 100 Prozent bei Giladot. Oder neuerdings gibt es auch, wie soll man sagen, so Klone, dass man sagt, die machen das auch so wie Giladot. Die sind dann ähnlich. Die kommen dann eben nicht aus der Marenne, sondern irgendwo anders her und sind dann ähnlich wie Giladot. Aber Giladot ist ein Austern-Name oder ein Firmenname? Beides. Und zwar, das ist eigentlich eine Familie, die Familie Giladot, die sich damals zum Ziel gesetzt hat, die perfekte Auster oder die beste Auster der Welt zu machen. So einfach ist das. Und in der Klassifizierung der Austern gibt es ja ein Wort, was also alle Leute, die mit Austern irgendwie zu tun haben, kennen dieses Wort. Dieses Wort heißt Fiendeklär. Genau. Fiendeklär bedeutet, dass die Austern nach der Ernte in Salzwasserbecken vom Sand befreit werden, also geklärt werden. Um eine Auster Fiendeklär nennen zu dürfen, müssen eine bestimmte Menge Austern auf eine bestimmte Menge Wasser eine bestimmte Zeit lang geklärt werden. Also man darf nicht unendlich viele Austern in ganz wenig Wasser, sondern dass die Menge von Austern und zu Wasser ist bestimmt. Und die Zeit, wie oft die geklärt werden, dieses Klären geht so vonstatten, dass man Ebbe und Flut imitiert. Also man schmeißt die Austern ins Wasser, lässt sie ein paar Stunden drinnen, holt sie wieder raus, lässt sie ein paar Stunden draußen, so wie die Natur das auch machen würde. Und die Zeitabstände werden vergrößert. Dadurch strengen sich die Muskeln mehr an, den Deckel zuzuhalten, damit das Wasser nicht verloren geht. Und dadurch wird die Auster im Muskel her sehr fleischig und um den Muskel herum, also in dem beigen Fleisch, viel fester. Das ist der erste Schritt. Aber Fiendeklär ist immer noch mit Verlaub Mist. Und das ist jetzt das, wo wir immer, also auch dieses Preisbeispiel widerspiegeln können, ganz billiger Austern haben diesen Klärvorgang gar nicht. Die werden so aus dem Meer direkt in Kisten und weg. Es sind aber auch sehr wenig im Handel. Und dann Fiendeklär, die haben halt eben diesen Klärvorgang eine gewisse Weile hinter sich, bis sie den Mindestanforderungen entsprechen. Dann darf man Fiendeklär auf die Kiste schreiben und kosten wenig Geld. Und jetzt kommt der nächste und in der Theorie der letzte Schritt ist eben der Schritt zwischen Fiendeklär und Spezialeklär. Und bei Spezialeklär ist die Menge der Austern viel geringer, die Menge des Wassers viel höher und die Menge der Klärvorgänge viel häufiger. Und zwar immer um den Faktor 2. Also man muss die Hälfte der Austern doppelt so lange, doppelt so viel und doppelt so oft wie bei Fiendeklär waschen. Dann darf man die Austern Spezialeklär nennen. Aber in der Praxis ist Spezialeklär nicht das Ende der Fadenstange, sondern man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, wir nehmen noch weniger Austern, klären die noch häufiger und geben denen noch mehr frisches Wasser dazu. Das treibt natürlich die Kosten absolut in die Höhe, aber multipliziert auch das Erlebnis oder das Ereignis auf dem Teller. Und insofern hat dann eben die Familie Giladot gesagt, wir machen das, was möglich ist. Irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man sagt, jetzt wird es nicht mehr besser, sondern jetzt wird es eher wieder schlechter. Also man hat irgendwo den Peak erreicht, weil dann die Austern vielleicht auch sich selber anfangen aufzuzehren oder sowas, wenn die so oft geklärt werden. Deswegen muss man diesen Peak erreichen. Und die Franzosen haben sich untereinander geeinigt, dass wenn die Maßnahmen zur Erreichung des Labels Spezialeklär um ein Vielfaches überschritten werden, dann darf man hinter das Wort Spezial den Namen des Produzenten setzen. Und insofern heißen diese Austern von Giladot nicht Spezialeklär, Spezial-Declär, sondern Spezial-Giladot. Und das ist jetzt so weltweit mittlerweile so der Maßstab. Und es ist so dermaßen gefragt, dass wie bei Kunstwerken, Schmuck und Autos gibt es auch Fälschungen. Also es gibt echte Giladot von der Familie Giladot und gefälschte Giladot von Leuten, die einfach nur die Spankörbe der Austern mit dem Namen Giladot mit einem Aufkleber bekleben und sagen, es wäre ein Giladot. Und das ist so weit gegangen, dass die Familie Giladot sich eine Maschine gekauft hat, die jede einzelne Auster, die Spezial-Giladot ist, mit Laser ein G auflasert. Also jede Austernschale von Giladot hat ein aufgelesertes G, um zu prüfen, dass es echt ist, dass es also keine Fälschung ist. Und das war auch, ich sage mal, tatsächlich notwendig, weil plötzlich an allen Ecken und Enden Giladot-Austern aufgetaucht sind, die gar nicht Giladot waren. Wie teuer ist eine Giladot einfach so, um ein Verhältnis zu kriegen? Ja, wir müssen jetzt mit den Ohren oder Augen des Zuhörers denken. Also er wird eine Giladot wahrscheinlich nicht unter drei Euro im Fischgeschäft oder im Handel bekommen und vielleicht 2,50. Das ist auch ein bisschen von der Größe abhängig, weil man kann ein Giladot in verschiedenen Größen bestellen. Und im Restaurant würde ich jetzt mal sagen, ist 7,50 Euro das Stück etwa der Preis, der heute bezahlt wird. Wobei im Drei-Sterne-Lokal vielleicht ein bisschen mehr und im Ein-Sterne-Lokal ein bisschen drunter. Okay, ich muss jetzt nochmal einen kurzen Schritt zurück, weil du hattest gesagt, auf der Pariser Auslandbörse hattest du 30 Fr. für das Stück Giladot bezahlt. 30 Fr. sind ungefähr 10 Mark. Das heißt, heute sind die Preise ja nicht niedriger geworden. Ich gehe davon aus, dass sie höher sind. Das heißt, das waren schon Restaurantpreise, die eben dadurch, dass viele Leute das wollten, eben auch wieder in die Höhe gegangen waren. Das waren keine Marktpreise oder irgendwie repräsentative Preise. Und wenn du heute eine Giladot für 2,50 Euro, 3 Euro im Handel kaufen kannst, dann sind die Preise jetzt nicht gesunken, wenn man das vergleicht mit den Preisen in den 80er Jahren. Das ist dann so ein Preis aus dem Handel. Es gibt die Ausland ja in verschiedenen Handelsstufen. Also die erste Stufe wäre jetzt so eine Firma wie der Fischhändler in der Stadt oder da, wo man nur einen Fisch kauft. Oder eben im Versand eben so Firmen wie wir das sind. Also wir verkaufen ja auch Ausland über den Versandweg. Aber dann gibt es ja auch andere Handelsstufen wie eben das Feinkostgeschäft. Die haben natürlich einen anderen Aufwand zu betreiben als ein Fischgeschäft. Deswegen sind die Sachen auch im KDW und im Dallmeier auch ein bisschen hochpreisiger als im Fischgeschäft. Und die dritte Stufe ist eben das Restaurant. Und da macht sich natürlich der Preis immer dann bemerkbar, wenn man viel Service und viel Ambiente mitkaufen möchte. Also wie gesagt, ein Drei-Sterne-Restaurant muss einfach dem Gesetzen des Marktes folgend viel teurer sein als ein Hofgasthaus. Das ist ganz klar. Ich meine, du kriegst es ja auch immer auf dem Silbertablett mit sehr viel Eis und oft noch irgendeiner Soße dazu. Also ich glaube, die besten Austern werden gar nicht nur in Anführungsstrichen roh gegessen, sondern sie haben immer noch irgendwie eine Aromatik dazukommen, die sich der Küchenchef eben ausgedacht hat. Und das kostet ja auch alles Geld. Man möchte natürlich auch als guter Küchenchef dem, sag ich mal, Gast, der jetzt kein großer Austern-Fan ist. Und wie gesagt, in Deutschland gibt es nicht so wahnsinnig viele große Austern-Fan. Dann möchte man doch den Schritt ein bisschen leichter machen, indem man eben durch die Säure, wenn man so eine Vinaigrette oder sowas dazu gibt, hat man ja so einen gewissen Kaltgar-Vorgang, der die Konsistenz wieder ein bisschen angenehmer und erträglicher macht für jemanden, der sich da so ein bisschen verfürchtet oder sagt, das ist aber gar nicht meine Baustelle. Deswegen wird immer gerne so eine Schalotten-Vinaigrette oder eine Himbeer-Essig oder sowas dazugegeben, um einfach den Schweinehund zu überwinden und zu sagen, okay, mit Essig geht es oder so. Ich glaube, langsam wird unsere Sendung geschäftschädigend fürs Austern-Geschäft. Lieber Ralf, dann kommen wir zum Thema, wann und wie am besten Austern essen. Ich kenne es aus meiner Kindheit da, ich weiß nicht, ob es eine Mär ist oder ein Mythos. Auf jeden Fall, es gibt die Monate mit R und es gibt die Monate ohne R. Die Monate mit R sind die Austern-Monate und die Monate ohne R, also Mai bis August demnach, sind eben die Nicht-Austern-Monate, wo man keine Austern essen sollte. Das war so, so bin ich aufgewachsen. Deswegen war immer klar. Genau, richtig. Genau, ab September gibt es Austern, und die gibt es dann bis April. Das heißt, wir sind noch gerade in der Zeit, wo es Austern gibt. Ist das heute noch so oder ist durch die Globalisierung ein Zustand eingetreten, dass du das ganze Jahr Austern kaufen kannst? Teils, teils. Also es gibt zwei Gründe, die das bestätigen, dass man sagt, also Monate ohne R sind die Monate, bei denen die Außentemperatur so hoch ist, dass man nur gekühlt transportieren darf. Das war früher ein Problem. Dieses Problem hat sich aber erledigt. Also heute gibt es Kühlfahrzeuge überall hin. Also dieser reine Kühlaspekt, der früher dazu geführt hat, dass man in den Monaten ohne R keine Muscheln und Austern essen sollte, das ist vorbei. Aber es gibt auch so einen Laichprozess, wo man sagt, jetzt ist die Auster schwanger. Die ändert in der Zeit ihren Geschmack. Und dieser Geschmack der schwangeren Auster, der so ein bisschen seifig ist, den mögen nur die wenigsten. Also es gibt auch Leute, die finden das auch toll. Der ist dann sehr basisch, der Geschmack. Und wenn man sehr angenehm sagen will, ist es ein bisschen sahnig. Wie gesagt, da gibt es nur wenige Leute, die das bevorzugen. Und deswegen kann man eben bei normalen Austern davon ausgehen, dass irgendwann im Jahr der Zeitpunkt kommt, wo sie einfach nicht mehr so gut schmecken. Und der ist auf jeden Fall in einem Monat ohne R. Das kann jetzt der Juli, kann auch der August sein. Das liegt ein bisschen daran, wo die Austern gezüchtet werden. Also die werden nicht alle gleichzeitig schwanger, sondern das geht von Norden nach Süden oder beziehungsweise von Süden nach Norden. Also im Süden, die sind am ehesten schwanger. Und im Norden, das sind die, die ans Letzte schwanger werden. Deswegen haben eben so super professionelle Austern-Züchter, wie die Gilardot, haben ihre Farmen nicht alle direkt vor der Haustür, sondern die haben auch weit im Süden Farmen und weit im Norden Farmen, sodass die diesen, also man wird keine schwangere Gilardot im Handel finden, weil da, wo die Austern schwanger sind, da wird nicht geerntet. Die ernten, jetzt wird es im April, ernten die in allen drei oder fünf Anbaugebieten. Wenn dann irgendwann im Süden die Austern schwanger werden, dann wird halt mehr aus dem Norden geerntet. Und so wandert das dann einmal nach oben. Und dann, wenn die Austern oben schwanger werden, sind die unten schon wieder glasklar und lupenrein. Okay, aber auf jeden Fall gilt es immer noch, dass man sagen kann, in den Monaten ohne R ist der Austern-Genuss etwas eingeschränkt. Kommen wir mal zu einer ganz anderen Frage, weil du bist ja Händler und ein Händler weiß ja genau, wo die Austern herkommen. Ja, wir reduzieren das jetzt mal auf Deutschland. Wo kommen die Austern, die man in Deutschland kaufen kann, in der Gastronomie, aber jetzt sagen wir mal auch in Frankfurt, in der Markthalle, wo kommen die her? Ja, wir haben also, die Küste geht ja mindestens von Dänemark, Norwegen, Schweden runter nach Holland. Dann kommt Frankreich, dann kommt ein Stück Spanien, Portugal. Also das sind alles produzierende Länder, die Küste rauf und runter. Wir haben aber auch importierte Austern, also Flugware aus Neuseeland, Australien, Amerika. Südafrika ist prädestiniert für Austern. Und also man kann quasi aus der ganzen Welt, aus China habe ich, muss ich sagen, noch keine gesehen in Europa. 85 Prozent, so habe ich gelesen, der auf der Welt produzierten Austern werden in China produziert. 85 Prozent. Aber du kennst keine chinesischen Austern. Ich habe nur diese chinesischen Austern gegessen als Produkt, also nicht als Frischware, sondern als verarbeitetes Produkt. Und das ist jetzt nichts Besonderes, sondern das ist eher, also so im Niveau der Muschel anzusetzen. Wenn man es gekocht hat, ist es auch vom Geschmack her sehr ähnlich und von der Konsistenz her, wenn man konservierte Muscheln nimmt. Konservierte Muscheln hat man immer dieses etwas mehlige und nicht zarte, sondern trockene Mundgefühle. Und das hat man halt bei konservierten Austern auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in China die Austern-Zucht nicht auf der Qualitätsebene stattfindet, sondern eben eher auf der Massenebene. Wir müssen ganz viele Austern für wenig Geld produzieren. Und wenn der asiatische Markt mit dem Überbacken verarbeiten. Für den asiatischen Markt, genau. Okay, also das heißt Australien, Neuseeland, Südafrika. Wie ist es mit amerikanischen? Auch amerikanische. Ja, also es ist natürlich immer so, dass die Austern, die außerhalb der EU kommen, dass die noch den Makel der Verzollung und der sehr hohen Transportkosten haben. Das muss man schon wollen. Aber ich weiß, im KDW, die haben eine Austern-Bar, wo die Austern auf der ganzen Welt anbieten. Und das ist auch wirklich super spannend, da diese, erst mal die verschiedenen Formen der Auster. Also es gibt ja nicht nur die tiefe Auster, die ovale, die man eigentlich so im Kopf hat, wenn man an Austern denkt, sondern es gibt eben viele Imperial-Austern. Das sind die flachen Austern, die so ein bisschen an so eine Jakobsmuschel oder so ähnlich erinnern von der Austern-Form her. Und die gibt es eben auch in allen möglichen Größen, Farben, Formen und Schattierungen. Das ist also schon deswegen alleine spannend zu sehen, was es da alles gibt. Und dann eben diese verschiedenen Herkunftsländer. Wie gesagt, das Abenteuer ist definitiv vorhanden, aber es ist nicht so groß. Also die meisten Austern, wenn man sie dann hinterher im Mund hat, unterscheiden die sich eigentlich relativ wenig. Sondern da wird zwar die Spreu vom Weizen getrennt, aber es ist jetzt nicht so, dass eine neuseeländische Auster, also weiter weg geht nicht, und eine Sylt-Royale, dass die großartig unterschiedlich schmecken. Okay. Was ist so der beste Frischegrad, um Austern zu essen? Also die werden geerntet, dann werden sie verpackt und transportiert. Und wann kommen die so auf den deutschen Markt? Wie alt sind die dann? Auch das ist abhängig davon, welchen Qualitätsstandard die haben. Weil durch dieses Trainieren, wenn man sehr, sehr häufig trainiert, halten die wesentlich länger, als wenn man sie nicht trainiert. Und man sagt, bei der Fiendeclare, also das ist so absoluter unterer Durchschnitt, ist sieben Tage kein Problem. Auf jeder Kiste Austern, auf jeder, die gehandelt wird, steht das Erntedatum drauf. Und das Erntedatum plus sieben Tage bei Fiendeclare, plus zehn bis zwölf Tage bei Spezialeclare, plus 14 Tage bei Spezialgilardot, ist dann das Verzehrdatum, was empfohlen wird. Weil man muss jetzt bei Austern wissen, das ist vielleicht noch sehr spannend, Austern ist rein theoretisch Proteinquelle für Vegetarier, weil Vegetarier dürfen keine Tiere essen. Tiere definieren sich über Schmerzerinnerungen und Schmerzerinnerungen und Gedanken oder irgend sowas. Und für alle diese Punkte, die ein Lebensmittel von einer Pflanze unterscheiden, braucht man ein Gehirn. Jetzt ist es bei Austern so, dass die werden mit einem Gehirn geboren. In der freien Wildbahn, wenn man jetzt also, es gibt ja auch wilde Austern, also es gibt ja nicht nur gezüchtete Austern. In der freien Wildbahn ist es so, dass diese geborenen Austern, die sind ja relativ klein, also Stecknadelköpfe ein bisschen größer, die flirren eine ganze Weile eben irgendwo rum, bis sie sich irgendwo festsetzen. Und an dieser Stelle, wo die sich festsetzen, bleiben die ihr Leben lang. Und in dem Moment, wo sie sich festsetzen, verbraucht das Gehirn zu viel Energie. Und deswegen wird das Gehirn vom Körper verzehrt. Und man hat nur noch quasi diesen reinen Filter. Und eine Auster hat zwar Nerven, aber kein Gehirn. Und deswegen eben keine Erinnerungen und keine Schmerzen. Und deswegen könnte man sie auch als Pflanze qualifizieren, wenn sie nicht das Gehirn gehabt hätte bei der Geburt. Deswegen ist es so eine Grauzone, also die Vegetarier sind da halt anderer Meinung. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne keine Tiere essen aus Tierschutzgründen, dann sollte man Austern essen, weil das eben eine fantastische Proteinquelle ist und man tut wirklich keinem Tier weh. Und das ist auch wieder dieses Vorurteil, dass man, wenn man eine lebende Auster isst, dass man damit dem Tier irgendwie wehtun könnte. Das geht nicht. Also die lebende Auster ist... Für alle Vegetarier oder Veganer, die ganz progressiv sind und in der Queer-Ideologie verhaftet. Ja, weil die Auster ist ja ein Hermaphrodite-Wesen. Also es kommt noch dazu, es ändert sein Geschlecht. Also es wird als, glaube ich, männlich, kommen die Austern auf die Welt und nach einem Monat oder so ändern sie ihr Geschlecht zum Weiblichen. Manche aber bleiben auch männlich und manche könnten auch wieder zurück, aber die meisten machen es nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die aber auch kulinarisch keine Rolle spielt. Also es würde jetzt nicht einen Unterschied machen, ob man eine männliche oder eine weibliche in diesem Moment erwischt oder ob diese Auster gerade im Moment weiblich oder männlich ist. Also da kann ich die Hand für ins Feuer legen, wenn sie zwölf oder... Also meine durchschnittliche Menge Austern, die ich pro Mahlzeit esse, sind zwölf. Und wenn ich gerade Lust habe auf Austern, dann esse ich 24. 24? Aber vor diesem Genuss hat Gott ja noch die Arbeit und vor allem das Öffnen gesetzt. Ich meine, ich kann es ganz gut. Also ich habe auch schon mal 300 Austern an einem Abend aufgemacht. Aber es ist eine anstrengende Arbeit, mit der man allerdings, muss man jetzt mal für die männlichen Zuhörer sagen, mit der man das weibliche Geschlecht begeistern kann. Wenn man also hingeht und sagt, komm, ich mache uns ein paar Austern auf. Man nimmt das Messer. Man nimmt das Messer und macht dann mit einer eleganten Bewegung die Austern auf. Oh, das ist aber ein Kerl. Das ist aber echt ein Kerl. Das ist eine Reminiszenz ans Jagen, würde ich mal sagen, wo das Tier zerlegt wird. So was. Schöner Hinweis. Also nochmal zurück. Also das heißt, du kriegst in Europa inzwischen natürlich durch die Globalisierung, du kriegst in Deutschland aus jedem Land die Austern. Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Nee. Also geschmacklich, weil ich rede ja jetzt nicht über die Optik, sondern über den Geschmack. Also wenn man jetzt mir die Augen verbinden würde und wir würden mich jetzt dazu zwingen, sechs oder sieben Austern zu essen und dann hinterher nochmal dieselben. Ich glaube nicht, dass ich die Reihenfolge, ich wüsste sowieso nicht, wo die herkommen. Also ich kann die am Geschmack nicht erkennen, aber ich wüsste noch niemals die Reihenfolge von vorher, ob ich die hinterher wieder einsortieren könnte, weil die eben doch alle super, super ähnlich schmecken. Und das Einzige, was mich eben dazu führen könnte, sagen würde, das war die erste von eben, das wäre eine Konsistenzfrage. Also nicht der Geschmack, sondern die Textur ist unterschiedlich. Und auch die Gelado hat keinen anderen Geschmack im Klassischen Sinne, sondern es ist nur so ein bisschen das Fleischige, das ist doch. Also tatsächlich gibt man der Gelado in den Gebieten, wo die Gelado am meisten vorkommt, gibt es eine Grünalge, die nach Gurke schmeckt. Diese Grünalge ist eben eine bevorzugte Nahrungsquelle der Auster und deswegen sagt man, die Gelado-Austern haben immer den feinen Anklang von Gurke. Muss jetzt nicht das ganze Jahr über so sein, muss auch nicht in jeder Portion sein, weil es kann auch sein, dass die aus einem Austernfeld kommen, wo es diese Alge nicht gibt oder aus einem Jahr, in dem die Alge nicht stark präsent ist. Aber wenn man das weiß und darauf achtet, dann hat man immer wieder das Ding, ah, das ist wieder so eine, die einen Haufen Grünalgen gefressen hat, die schmeckt wieder sehr angenehm nach Gurke. Gut, weil das ist nämlich jetzt meine letzte Frage, ich gucke wieder auf die Uhr, wir sind schon wieder am Ende, es ist immer zu kurz mit uns. Was ist das schönste Austern-Rezept und was kann man am besten zu Austern trinken? Und du hast ja schon letztes Mal in so einem Gespräch über Frau Gra dich geoutet, dass du jemand bist, der auch zu Austern lieber Süßwein trinkt. Wie würdest du die Auster dann zubereiten? Hast du dein Lieblingsrezept? Das großartigste Auster-Rezept, das können sich hier jeder denken, ist für mich eine knackfrische Giladour-Auster. Aber, also heute spricht man ja oder hört man das ja sehr häufig den Namen Yuzu. Yuzu ist ja eine Zitrusfrucht und gilt als eines der ganz wenigen Lebensmittel, die es überhaupt gibt, die es schaffen, beim Schmecken eine Gänsehaut zu erzeugen. Yuzu? Yuzu. Das ist eine Zitrusfrucht aus Japan und die kann man nicht essen, diese Frucht, weil die ist so groß wie eine Mandarine, hat aber über 100 Kerne drin. Also es ist quasi nur Kern, man kann also nur den Yuzu-Saft benutzen und der wurde jahrzehntelang nur für Parfums benutzt und weil das, wie gesagt, herzustellen ist unglaublich teuer. Das ist halt möglich eben mit den modernen Techniken aus diesem Yuzu-Saft Perlen zu machen, also Kaviar zu machen und diesen Kaviar dann auf die Auster aufzulegen und dadurch gart die Auster so ein bisschen kalt nach und hat halt eine, für den ängstlichen Genießer eine bessere Konsistenz und dieses, der Geschmack von Yuzu und Austern, das ist eben wirklich, man kriegt eine Gänsehaut im Nacken und das ist wirklich super lecker und deswegen wir sind, auch wenn wir Puristen sind, also von dieser Perle auf den Austern, sind wir große Fans und sind sehr begeistert davon. Okay und dazu, aber das scheint mir, wenn es eine Zitrusfrucht ist, kannst du schlecht Wein servieren, oder? Weil Zitrusfrucht und Wein ist oft so eine Kombination, die eher dann zu einer Bitterkeit fängt. Ja, nein, also jetzt ist diese Zitrusfrucht jetzt nicht mit Zitrone zu vergleichen, sondern eher mit Mandarine, mit so einer Mandarinsäure oder Mandarinsüße und die hält dem Süßwein extrem stand und das kann sogar sein, dass das die dritte Dimension ist. Man hat ja eben quasi die Würze und die Mineralik in der ersten Dimension, wenn man Auster isst. Man hat den Gemüsewein als die zweite Generation und man könnte dann die Mandarinsüße der Jusuffrucht als die dritte Dimension, weil darum geht es. Wir müssen, wenn wir wirklich genießen wollen, viele Geschmacksknospen auf der Zunge berühren und wenn man das noch irgendwie schafft, indem man durch die Mandarinsüße ein paar Feuerwerke auf der Zunge entfacht, die man ohne das nicht schaffen würde, dann hat man auch noch der Kulinarik-Vorschub gegeben. Deswegen würde ich da bei dieser Kombination am ehesten bei Süßwein bleiben. Was für einen Süßwein schlägst du vor? Das ist eine interessante Kombination. Ich muss mir die mal anschauen. Ich liebe sehr, sehr die Süßweine aus Bordeaux. Die heißen ja Sautern oder Barzac, je nachdem aus welchem Anbaugebiet. Diese beiden Anbaugebiete machen nur Süßweine und sind manchmal ein bisschen eindimensional, je nachdem wie hoch der fruchtige Anteil in den Süßweinen ist. Und es gibt zwischen diesen beiden Anbaugebieten noch ein drittes, das heißt Serrance. Und dieses Ding finde ich Weltklasse zu Austern. Das ist so. Hat aber im Holz gelegen. Ja, ja. So wie Sauternweine eben auch. Das hat also die volle Breitseite, hat auch die vollen 13 Prozent Alkohol. Also ist jetzt nicht so wie deutscher Süßwein mit 7 Prozent Alkohol und 200 Gramm Zucker auf den Liter, sondern man hat halt nur 130 Gramm Zucker, aber dafür die vollen 13 Prozent Alkohol, die das Ganze auch sehr gut tragen. Dass man sagt, okay, manchmal ist die Süße ja so vordergründig bei deutschem Wein, dass man, also ich rede jetzt über Trockenbeerenauslese, also nicht über Auslese, sondern Trockenbeerenauslese. Das ist schon sehr süß. Und die Serons Süßweine sind da einmal trinkiger, weil der hohe Alkoholgehalt, der macht auch nicht so schnell zu. Also nach einem Glas Süßwein Trockenbeerenauslese von 0,05 Liter hat man selten das Bedürfnis, noch ein zweites zu trinken. Während nach einer Flasche Chateau des Serons hast du schon noch Lust auf eine zweite Flasche. Die sind auch sehr trinkig. Ja, und Alkohol und Zucker geht auch ziemlich schnell ins Hirn. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist dann der Alkohol, auch obwohl es wenig ist, trotzdem sehr stark wirkt. Ja, also ein weiterer Vorteil für den Hochgrad und Zettel. Du hast es ja letztes Mal schon angedeutet, eine Forgras als erst und als zweiten Gang und danach aus dann. Und beim Wein würdest du beim gleichen bleiben. Da können wir beim gleichen Wein bleiben. Das wäre jetzt natürlich auch noch für den Service ein bisschen einfacher, wenn man nicht so viel springen müsste. Wie gesagt, wenn man jetzt sagt, okay gut, aber wenn wir schon einen Forgras vorweg haben und wir wollen hinterher nicht nochmal einen Süßweiten trinken, dann kann man natürlich hingehen und sagen, wir nehmen jetzt so einen Mosse Perrier oder sowas ähnliches zur Auster. Dann wäre es einfach nur eine andere Herangehensweise. Verstehe. Aber wenn man jetzt keine Forgras weg hat, dann würde ich auf jeden Fall den Süßwein haben. Und wenn man den Süßwein liebt, so wie ich das tue, dann würde ich auch zwei Gänge beim Süßwein bleiben. Okay. Dann oute ich mich mal, weil also mit Juso-Perlen und Süßwein und Gelado-Austern, so weit war ich noch nicht. Aber es war in einer New Yorker Austern-Bar. The Lure. Die gibt es immer noch. Aber das ist schon, ach, 15 Jahre her. Und trotzdem habe ich noch den Geschmackseindruck völlig präsent. Und es war ein großartiges Erlebnis. Austern. Viele Austern. Und ich hatte dazu aus einem recht warmen Jahr, das muss ein 2007er gewesen sein, ein Petenthal. Und das ist vom Roten Hang, ein Riesling, der eben auf Rutschiefer wächst. Die deutschen Rieslinge sind ja, auch wenn sie trocken sind, es war natürlich ein großes Gewächs, wenn sie trocken sind, trotzdem haben sie immer diese drei, vier Gramm Restzucker, die die Weine nicht süß macht, aber ihnen so ein bisschen Volumen gibt. Und ich sage dir, ich hatte da auch eine Zwölferplatte Austern in New York, diesen deutschen Riesling dazu. Und es war einfach eine Kombination für die Götter. Und ich weiß noch nicht mal, welche Auster es war. Ich habe sie geschlürft. Ich habe nicht auf ihr rumgebissen, sondern ich fand die Kombination trotzdem, dieser etwas dunkelwürzige, tabakige Riesling, dann die Auster dazu. Es war eine Kombination, die erinnere ich noch. Das war einfach wirklich wie was Orgiastisches. Und obwohl es fein war, ich fand die Auster schon auch großartig. Und dann kommt, glaube ich, das Schlürfen, was einem ja vielleicht auch in unserer Zivilisation untersagt ist, weil man darf ja nicht rotzen und nicht schlürfen beim Essen. Aber bei der Auster darf man das. Das gibt noch mal so ein Gefühl von Freiheit. Also, das war mein Austernerlebnis, Ralf. Jetzt ein guter Hinweis, also New York und Austern, es gibt ja im Central Station die Austern Bar. Für die Leute, die jetzt mal Lust bekommen haben, mal Austern zu probieren. und zufällig gerade einen Trip nach New York vor sich haben, sollten Sie sich das auf jeden Fall mal auf Ihre To-Do-Liste, auf Ihre Bucket-List draufschreiben. Das kann ich genau, dem schließe ich mich an. Kann ich nur empfehlen. Ralf, mein Lieber, ich bedanke mich. Unsere Zeit ist durch, aber ich glaube, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über Austern. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und freue mich auf ein nächstes Gespräch mit dir. Sehr, sehr gerne. Danke. Jederzeit wieder. Sehr schön. Tschüss, Ralf. Bye, bye. Liebe Hörer, das war es schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche. Aber heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder. Keine Frage und das schon nächste Woche. Was habe ich da für Sie? Nun, der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich vor wenigen Tagen auf Ex, früher Twitter, zu Wort gemeldet mit seiner neuen Balkonbepflanzung. Und weil er vor Jahren mal mit seinem Hanfanbau auf dem Balkon erwischt worden ist, kommentierte er sein neues Foto, das seinen Bambuswuchs auf dem Balkon zeigt. Etwas launisch mit den Worten, da besonderes Interesse für meine Balkonbepflanzung auf sozialen Medien Tradition hat, hier ein, ich nehme an, heiß ersehntes Update. Dazu, wie gesagt, seinen Balkonbambus mit dem Schlusssatz, mein Balkon wird so zu einem Buffet für Bienen. Ich meine, er ist nur deutscher Landwirtschaftsminister. Da muss man ja nicht wissen, dass Bambus und Bienen eher nicht so gut zueinander passen. Denn Bambus produziert weder Blüten, noch Pollen, noch Nektar. Aber nur das wäre eben ein Buffet für Bienen. Muss man als Landwirtschaftsminister natürlich nicht wissen. Wir sind eben in Deutschland gesegnet mit höchstmöglicher Fachexpertise bei allen Bundesministern. Und darüber mehr in der nächsten Sendung. Bis dahin. Tschüss. Ihr Markus Fahlefeld. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Bumbug, und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag. www.kontrafunk.radio